Okay, das ist alles zu viel. Shion war Teil des Kopierprogramms, erschaffen, um meinen Schlüsselschwert zu kopieren. Und als sie uns verließ, hat Axel ihr geholfen, als ob er wollte, dass sie geht. Wenn er das wusste, warum hat er dann so lange gewartet, bevor er das mir erzählt hat? Etwa weil es das gleiche ist? Shion und ich sind beide ein besonderer Niemande, was, wenn sie mich auch erschaffen haben? Samnus hat gesagt, Sura wäre die Verbindung zwischen uns beiden. Aber wer ist Sura? Was bin ich für ihn? Axel weiß das? Ich wette, er hat die ganze Zeit jede Menge Geheimnisse. Er hatte nicht einmal den Mut, mir etwas über mich zu erzählen. Da ist er hier. Ich glaube, wenn man jetzt ihn anspricht, wir gehen die letzten Teile... Also der letzte Teil, ich verstehe die Organisation nicht und Axel auch nicht. Mich selbst verstehe ich am allerwenigsten. Warum komme ich immer wieder zum Schloss zurück? Shion und ich sind besonders, verbunden durch Sura. Wenn sie eine Puppe ist, bin ich das hier auch vielleicht? Ich weiß nicht, was ich bin. Also, was ich sagen wollte, es kann jetzt sein, dass jetzt der Teil kommt, wo ich nicht mehr zurückkommen kann. Also, ähm, nicht mehr zurückgehen kann. Also, auf... Das heißt... Ach, wie soll ich das sagen? Ich bin echt nicht mehr klar im Kopf. Ach, naja, sehen wir mal gleich. Dann sage ich euch, was jetzt passiert. Soll ich Axel darauf ansprechen? Es gibt vielleicht keinen Weg zurück. Also, das hier. Wenn man jetzt ja macht, geht es jetzt Break Forward weiter. Ohne Pause. Man muss jetzt durchspielen. Und jetzt kann... Jetzt wäre die Zeit, äh, mit die ganzen Nebenmissionen, das werde ich auch machen. Keine Sorge, das werde ich alles machen. Axel? Hey, Roxas? Hast du Schirn gefunden? Als wäre das so einfach. Ich weiß. Hast du mir die ganze Zeit die Wahrheit über sie verschwiegen? Nicht die ganze Zeit. Wann hast du raus... Wann hast du es herausgefunden? Oh, keine Ahnung. Irgendwann zwischendurch. Hast du es wohl vergessen, was? Axel? Der bin ich in Wirklichkeit. Ventus! Ich bin besonders wie Shion. Das weiß ich. Aber die Organisation wollte mich aus dem Verkehr ziehen. Ja, das wollte sie. Etwa weil Shion mein Schlüsselschwert kopiert hat und... ...sie mich nicht mehr braucht? Und du fühlst das gleiche. Nein, den Teil hast du falsch verstanden. Du wirst immer mein bester Freund sein. Bester Freund sind... ...helle... ...sieh, sind ehrlich zueinander. Wer bin ich, Axel? Sanders hat gesagt, Shion und ich sind eine Verbindung zu Sura. Wer ist das? Sag's mir! Bin ich eine Puppe wie Shion? Nein. Was dann? Glaubst du wirklich, es geht dir besser, wenn du die Wahrheit weißt? Ich nicht. Was mach ich da... Was macht dich da so sicher? Ich hab das Recht zu erfahren, wer ich bin. Wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich etwas anderes? Wo hab ich gelernt, mit den Schlüsselschwert umzugehen? Ich habe Antworten auf diese Fragen verdient. Roxas? Sagst du mir jetzt oder nicht? Axel, wer bin ich? Du musst mir vertrauen, Roxas. Tu ich aber nicht. Hey, komm schon. Wenn ich hier keine Antworten bekomme, dann hole ich sie mir woanders. Irgendjemand wird schon wissen, wo ich herkomme. Und diese Person werde ich auch vertrauen. Das war mal... Klartext gesprochen. Winner! Ich hab's versucht, aber... Hier gibt es nichts mehr für mich. Die Antworten sind da draußen. Ich komm aus dem Schloss. Okay, da hab ich ja ein Emblem gesehen. Die Musik ist geil. Oh, scheiße. Okay, das hab ich jetzt auch. Das ist was Dauberstein. Das ist was Dauberstein. Das ist was Dauberstein. Ich genieße gerade richtig die Musik, deswegen werde ich auch nicht so viel sagen. Ach, die Musik. Und gleich werdet ihr sehen, gegen wen ich kämpfen muss. Einen alten Bekannten, den kennt ihr alle. Und den mögt ihr alle. Es gibt ja welche, die ihn mögen. Kann ja sein. Da ist er ja. Hm, ja, Sykes. Wir akzeptieren keine Kündigung. Ich habe dir nichts zu sagen. Machen wir es so kurz wie möglich. Hm. Jetzt dürfen wir, jetzt dürfen wir, jetzt dürfen wir, äh, Sykes richtig die Presse polieren. Okay, er hat mich jetzt gerade richtig hochgenommen. Ich spiele es hier auf Profi, deswegen kann ich es auch irgendwie verstehen, wenn es schlimm ist. Ich muss ständig ausweichen. Ich will dich mit nichts. Was machst du da oben? Was machst du da oben? Ja ich soll dafür, es wird, ja? And übersiv! Du seid mir, dann." Ich spiele es hier. Nehmen wir ja. Det hat sich ebenso gut integriert. Ich spiele es. ich habe mich den besiege ich jetzt noch sage ich doch lange nach Tony so die wir sowieso überleben Kingdom Hearts werde ich niemals deine Kraft besitzen nein your mind's made up why did the keyblade choose me I have to know you can't turn on the organization you get on their bad side and they'll destroy you no one would miss me that's not true I would nice to meet you Sheehan ach die Musik ist schon wieder da Namine du kannst mein Gesicht sehen ja was soll ich tun was willst du tun erst dachte ich ich wüsste dass ich wollte dass Roxas Axel und ich immer zusammen sind aber dann wurde mir klar dass diese Erinnerungen nicht meine sind weil du Kairi bist zumindest die Kairi an die sich Zora erinnert je mehr ich mich erinnere desto habe ich desto mehr habe ich das Gefühl am falschen Ort zu sein als ob als ob ich zurück gehen sollte zurück zu Zora wenn du ihm deine Erinnerungen zurück gibst wirst du verschwinden und weil alles an dir auf diesen Erinnerungen aufbaut wird sich niemand an dich erinnern wenn du weg bist du wirst einfach nicht mehr da sein ich kann dich nicht retten schieren nicht mal eine Erinnerung an dich ich weiß ich bin bereit sonst wäre ich nicht hier es ist bloß es gibt nichts was ich sonst für ihn tun könnte aber ich glaube nicht dass er es verstehen würde noch nicht er kann es nicht führen aber das wirst aber das wird er noch Namine wirst du auf Roxas aufpassen wenn ich weg bin du wirst nicht alle du wirst nicht alleine sein ich habe schon jemanden gebeten auf ihn aufzupassen es ist bloß es gibt nichts was ich sonst für ihn tun könnte geht klar vielen dank wenn du bereit bist dann lass uns jetzt Zora treffen namine sie haben uns gefunden sie sind auf dem weg hierher dieses verdammt diese verdammte puppe hat sie direkt zu uns geführt das ist also der für unsere vertrauen ich kümmere mich um sie nein sie hat wie w do i always get stuck with the icky jobs Axel. Xiong. Was soll ich machen? Ich habe entschieden, dass ich zurückgekommen muss, wo ich bin. Ich bin ehrlich gesagt, dass ich immer das beste war, von Anfang an. Aber du weißt, dass es mich immer wirklich beeinflusst. Es ist für alle. Aber wie du das wissen? Jeder denkt, dass sie richtig sind. Das ist richtig. Sie werden dich zerstören! Bitte nicht zurück, Axel. Ich versuche. Was ist dein Problem? Du bist nicht. Ich glaube, dass du alles kannst. Ich habe das Angst. Ich habe das Angst. Geh auf, du einfach zu gehen. Aber ich werde immer da sein, um dich zurückzubringen. Warum musst du mir immer Ärger machen? Bauch, die Zähne war zu traurig. Ich habe die Zähne gefallen. Ah, Mann! Und Sam, nicht ihr heute Navigate? Die Zähne sind doch zu treu. ACH, Mann! Tag 357, Tränen. Pans, Olette, was ist los? Das erfahren wir in den nächsten Part. Okay, Pans, Olette, was ist los? Immer mit der Ruhe, Heiner. Du kennst die Regeln, der Letzte kauft das Eis. Was? Nicht schon wieder. Wenn du nicht, wenn du nicht zahlen willst, kommst du besser in die Gänge. Also wenn du zahlen willst, kommst du bis dann in die Gänge, glaube ich, ich stand da. Ich schätze, nicht alle Freundschaften zerbrechen. Vielleicht mache ich beim Ohren drum halt. Dort ist es genauso gut wie anderswo. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einfach rumgehen, oder wie? Okay, mache ich dann halt. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich hier machen soll. Kann ich jetzt überall rein? Ja, ich kann eigentlich überall rein. Ob das, was mir bringt, weiß ich jetzt nicht. Bringt es mir was, was ich jetzt mache? Das will ich jetzt mal echt wissen. Oder soll ich einfach mal dahin gehen, wo ich hingehen soll? Ach, ich mache das einfach mal. Es gibt sowieso keine herzlosen, wir haben sowieso nichts zu tun. Jetzt war nur da, jetzt kann man, glaube ich, nur die Stadt erkunden. Zum letzten Mal. Ach so, ich kann jetzt was machen. Ach so, okay. Klar, doch, mache ich die alle rein jetzt. Die werde ich sowieso nicht mal bald gebrauchen können. Was jetzt kommt, ist auch das letzte. Kann ich gleich alle rein machen. Das ist mein Set. Ich will wissen, wer ich bin. Ich habe genug von dieser Sache. Speichern. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alles oder nichts. Ah, der Mogri. Ich kann dich das Schloss nicht alleine verlassen. Also, der Prophet ist toll, da ist er nur Platz in der Tasche. Lass mich jetzt irgendwas kaufen, was mir jetzt noch irgendwas bringt in den letzten Minuten. Leck mich, Mogri. Echt jetzt. Vielleicht holt mir mal einen Ring, was mir vielleicht hier hilft. Ring der Heilung. Was für einen Ring habe ich eigentlich ausgestattet? Habe ich eigentlich irgendeinen Ring ausgestattet? Eigentlich gar nicht. Okay, da muss ich mal einen Ring hier reintun. Wo ist der Vollring? Ich sehe nirgends, dass ich irgendwann einen Ring getan habe. Ich verzögere das einfach nur. Und los geht's. Die Augen drum. Ob da oben jemand ist? Ich könnte mal nachsehen. Da oben jemand ist. Und los geht's. Da oben jemand ist. Shion Thank you Roxas, I'm out of time Even if I'm not ready, I have to make this choice You have poured so many memories into me Given me so much That I feel like I'm about to overflow Look at me, Roxas Who do you see? If you see somebody else's face A boy's face Then that means I'm almost ready This puppet will have to play her part Roxas This is him It's Sora You're next, Roxas I have to make you a part of me too Don't you see? This is why I was created I have to make you a part of me too I have to make you a part of me too I have to make you a part of me too There are three boss fights In three different worlds In Halloween Town In Alice And in Agrabah And now you can see the function of this device So 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 Jetzt kann ich sie verprügeln Es gibt schlimmere Formen Die in Agrabah ist am schlimmsten Denke ich jetzt mal Und das ist jetzt auch noch Poti Das ist jetzt Spiele Jetzt müsste sie gleich sterben Und dann aber zuletzt kommt die letzte Form von ihm Oder von S Eher gesagt Okay Was ist das auf dem Boden? Die Attacke kenne ich doch Das ist Ragnarwölk Die heilige Scheiße Das geht jetzt richtig langsam Das geht ja auch Jetzt kommt die mit den ganzen Attacken an die ich Eher auf mit der Attacke Hey, die Attacke verlangt haben, das wird aber extremst. Okay, wartet mal. Und dann, die Attacke verlangt.